Welches ist mein Lieblingsrezept? Da hat uns unser Athletic Coach, Fitness Coach Gerardo Cirono mal was zusammengestellt. Es ist sehr gut morgens als Start in den Tag. Es gibt sehr viel Power, um direkt durchstarten zu können. Colossione Athletic Cirono. Die Zutaten, zwei Eier, einen Esslöffel Naturjoghurt, einen Esslöffel Magerquark, 100ml fettarme Milch, 50g Haferflocken, zart, 50g Beeren, einen Esslöffel gehobelte Mandeln, einen Esslöffel Proteinpulver, eine halbe Banane in Scheiben geschnitten und einen Teelöffel Leinsamen. Zur Zubereitung die Eier, die Milch, die Haferflocken, die Beeren, die Mandeln, Proteinpulver und die Leinsamen in einer Schale vermischen und zwei Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Das Ganze eine Minute abkühlen lassen und anschließend die Banane, den Joghurt und den Magerquark dazugeben. Buon appetito!